Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wo ihr die verschiedenen brennenden Ringe finden könnt, damit ihr diese Mission mal richtig easy machen könnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch gerade am Suchen sind, auch wenn die Dinge eigentlich kaum zu übersehen sind. Aber nichtsdestotrotz ist es doch ganz, ganz hilfreich, mal eine Karte zu haben, wo man wirklich alle brennenden Ringe drauf hat. Und das möchte ich heute in diesem Video machen. Was wir aber erstmal brauchen, ist ein Golf-Kart. Und dazu zeige ich euch auch alle Spots, die ihr finden könnt, also wirklich, wo ihr so ein ATK finden könnt. So heißen die Dinger ja. Markiere ich euch auch auf jeden Fall in diesem Video. Könnt ihr euch jetzt mal angucken. Und wir sehen hier schon einen brennenden Ring einfach. Ich weiß nicht, das sind brennende Ringe, Flammen, keine Ahnung, Leute. Ich bin eh so ein Versprecher gerade. Habe ich richtig drin. Und was wir machen, erstmal direkt da durchfahren. Wie gesagt, ihr seht es hier wahrscheinlich jetzt gerade eingeblendet, wo ihr diese verschiedenen Spots finden könnt. Ich wollte nochmal kurz anmerken, dass ich derzeit ein Gewinnspiel auf meinem Kanal am Laufen habe. Ihr könnt dreimal 20 Euro V-Bucks gewinnen. Und zack, haben wir das erste Ding schon drinnen. Wir können jetzt noch natürlich weiter. Ihr habt ja, wie gesagt, die Liste. Und oben bei der Rennbahn haben wir auch noch ein paar Spots. Ich habe auf meinem Kanal derzeit ein Gewinnspiel am Laufen, wo ihr dreimal 20 Euro V-Bucks gewinnen könnt. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen. Abonniert von diesem Kanal, seht natürlich Hashtag Tactics in die Kommentare, die Glocke aktiv haben. Und mich auf Instagram abonnieren. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, ich habe mir Instagram gemacht, damit ich auch mal mit euch schreiben kann. Weil viele sich das immer gewünscht haben, dass sie mal mit mir irgendwie, keine Ahnung, mir Fragen stellen können oder sonst irgendwas. Und mittlerweile bin ich so ein Typ, dass ich sage, okay, ich mache jetzt kein Video mehr dazu. So ein Frage-Antwort-Video, weil ich das eigentlich relativ albern finde. Deswegen könnt ihr mir auf Instagram regelmäßig Fragen stellen. Ich antworte wirklich jedem Einzelnen, der mir eine Nachricht schreibt. Deswegen lohnt es das definitiv. Und da können wir nochmal durch ein brennendes Ring oder brennenden Reifen, wollte ich sagen. Man landet aber direkt im Tod. Richtig dummer. Ach, da ist ein Portal und das habe ich verfehlt. Ja, das war es dann so bei diesem Video. Ja, habe ich euch gezeigt, oder in diesem Video habe ich euch gezeigt, wo die Ringe sind und die verschiedenen Locations von diesen Golf-Cards. Checkt es auf jeden Fall aus. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Lass euch eine Post-Wertung da. Und dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.